Herzlich Willkommen zur täglichen Dosis Trash. Holt schon mal das Popcorn raus, es wird wieder trashig. Heute geht es um Gerda Luis und auch um Janik und das erste Statement von Gerda Luis zur Trennung. Ja, wir haben wieder Trennungswochen auf YouTube, währenddessen ja nachher noch ein Video für euch kommt, wo das erste Statement von Jojenko und seiner neuen Palina, heißt sie, Thema sein wird. Also wenn euch das interessiert, lasst gerne ein kostenloses Abo da und drückt die Glocke. Ansonsten geht es jetzt aber um Gerda Luis und Gerda Luis ist ja mit Janik zusammen gewesen. Janik war vorher mit Jelis, ich nenne sie ja mal gern Jelis, Gott, zusammen. Und ja, das lief halt auch drunter und drüber und dann kam er dann mit Gerda zusammen und man hat dann schon gedacht, okay, krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und das lief jetzt, glaube ich, auch so ein Jährchen, oder? Wie lange ging das? Könnt ihr mal unten reinschreiben? Also ich weiß jetzt gar nicht genau, wie lange das jetzt ging. Auf jeden Fall habe ich dann auch gedacht, okay, krass, dass sie hier zusammen sind, hätte ich jetzt nicht unbedingt mitgerechnet. Aber es gab jetzt auch die letzten Tage schon viel Rumgedröse, ja, von wegen, oh, sind sie jetzt getrennt oder nicht? Ja, Gerüchte, Küche. Sie haben dann immer das dementiert und ja, wirklich viel Zeit haben sie dann aber auch nicht miteinander verbracht. Fakt war auch, die waren irgendwie sehr häufig voneinander getrennt auch auf Reisen. Was ich vereinzelt jetzt nicht ultra tragisch empfinde, wenn man mal was mit Freunden macht und vielleicht auch mal sagt, okay, ich möchte mal eine Reise mit einem Kumpel oder einer Freundin machen, ja, why not? Ja, aber ich finde es irgendwie eigentlich als Pärchen schon ziemlich merkwürdig, wenn das so regelmäßig der Fall ist und man irgendwie gar nichts mehr zusammen macht. Das ist irgendwie wie bei der King of Queens-Folge, wo Duck und Carrie dann immer sagen, ja, man macht dann immer nur noch was alleine, wenn man irgendwie besser das findet. Ja, und dann lernt man ja irgendwann auch vielleicht daraus, dass das jetzt gar nicht der richtige Partner ist. Man sollte ja schon so halbwegs die gleichen Einstellungen teilen und Werte und ähnliche Gedanken haben und auch so einen Spaß dran, ja, gemeinsam Dinge zu erkunden. Und wenn das gar nicht mehr der Fall ist, hm, tricky. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt hier mal rein in die ganze Schose und in ihr Statement. Denn ihr Statement hat es definitiv in sich. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier mal direkt rein in meine Kamera, ja, meine Reaction-Kamera. Das dauert hier mal ein Sekündchen. Aber jetzt habe ich es hier für euch. Und ja, so sieht es aus. Sie hat ein Statement vorbereitet. Ihr Lieben, ich bin wirklich nicht gut in solchen Themen. Und trotzdem müssen sie ausgesprochen werden. Deshalb mache ich es kurz und knapp. Ich bin nicht mehr mit Janik zusammen. Es kommt für manche vielleicht überraschend. Also ich finde überhaupt nicht. Also ich habe die gar nicht wahrgenommen zusammen. Und ich mache das hier beruflich. Also immer, wenn die dann irgendwie mal auf Reisen waren, kam es mir so vor, als hätten die jetzt nicht so wirklich, also weiß ich nicht, irgendwie komisch. Naja, ich bin nicht mehr mit Janik zusammen. Es kam für manche vielleicht überraschend, für andere vielleicht auch weniger. Also ich gehöre jetzt eher zum Team weniger. Ihr könnt ja mal auch reinschreiben. Seid ihr überrascht? Ist euch das vollkommen egal? Habt ihr keine Gefühle, kein Herz? Aber die Entscheidung, die Beziehung zu beenden, fiel mir alles andere als leicht, da wir grundsätzlich eine tolle und gesunde Beziehung hatten. Das ist auch irgendwie ein bisschen komisch. Ich finde Gerda sowieso, weiß ich nicht, im Prinzip eine hübsche Frau. Weißt du, ich fand sie als Bachelorette eigentlich auch so, gut, sie war jetzt, glaube ich, mit relativ vielen Damen rumbeißen, aber das ist ja ihre Sache. Aber ich fand sie da unterhaltsamer als viele andere. Die neue Staffel habe ich gar nicht angefangen. Ich weiß nicht mal, wie die heißt. Hat mich schon von Anfang an abgeschreckt und lange Rede, kurzer Sinn, bin ich hier der Meinung, dass das Ganze, ja bei ihr, glaube ich, sie ist so ein Typ Frau, sie weiß, dass sie gut aussieht, sie verdient ganz gut, überdurchschnittlich, kann auch viele Typen da aus diesem Trash-TV-Bubble und Influencer-Bubble haben, aber irgendwie merkt man, also das ist jetzt sehr gemein, aber irgendwie ist sie auch nicht richtig angekommen, oder? Also sie ist ja auch schon fast Mitte 30, also jetzt als 31, 31, also langsam mal in die Puschen kommen, aber gut, wer sagt, dass hier ein 38er Typ, der auch Single ist und schuldig im Sinne der Anklage? Gehen wir weiter. Ja, aber gesunde und tolle Beziehungen und dann, was ist denn da irgendwie? Und der ist da auch mal Schwiegersohns Nippling gewesen, also was ist denn mit ihm da falsch? Das Jealous hatte schon keinen Bock und, naja. Es gibt allerdings Punkte und Themen, über die ich nicht hinwegsehen kann. Also gab es da vielleicht ein Vorfall? Ich habe meine Werte und Prinzipien und diesen bleibe ich treu. Also ist ja vielleicht sogar fremdgegangen, ne? Oder keine Ahnung, das schließe ich jetzt raus, ne? Was kann denn so krass, dass passiert sein, dass man eine tolle und funktionierende Beziehung aufgibt? Eine gesunde vor allen Dingen. Es scheint ja nicht toxisch zu sein, sonst würde man nicht von einer gesunden Beziehung sprechen. Dann kann es ja nur ein Fauxpas dazu geführt haben. Das ist jetzt schwierig, aber was sagt ihr? Ich möchte ehrlich zu euch sein, ich hätte niemals gedacht, dass ich diesen Entschluss jemals fassen muss. Fallen sagt man doch, oder? Fassen? Fassen muss? Aber kann man auch vielleicht auch sagen. Die letzten Wochen waren ein stetiges Auf und Ab der Gefühle und die Entscheidung ist nicht von heute auf morgen gefallen. Das hat man mitbekommen. War ja irgendwie dauernd und wieder als Gerücht nach. Reifliche Überlegung ist dieser Schritt aber für mich der richtige, auch wenn es weh tut. Ja, mal sehen, was er dazu oft sagt. Ich bleibe natürlich dran für euch. Sie schrieb dann auch noch aus diesem Grund habe ich eine Bitte an euch. Ich weiß, dass viele der Grund für die Trennung interessiert, aber ich kann und werde nicht öffentlich darüber sprechen. Bitte respektiert meine Privatsphäre. Ich werde mich zu diesem Thema nicht weiter äußern. Ich möchte mich weiter auf mich fokussieren. Meine Projekte, an denen ich euch teilhaben lasse und das Positive. Macht euch bitte keine Sorgen oder Gedanken. Mir geht es soweit gut und ich habe meinen engsten Leute an meiner Seite. Eure Gerda. Ja, dann alles gute Gerda. Aber es klingt irgendwie ein bisschen nach, als wäre Gerda vom Ionic vielleicht sogar bedrohend worden. Also wenn eine gesunde, feste, tolle Beziehung, also eigentlich alles so cool war, dann muss es ja irgendwas, irgendeinen Störfaktor gegeben haben. Also einen krassen Fauxpas, dass man sagt, okay, oder ein grundsätzliches Problem, vielleicht kein Fremdgehen, sondern vielleicht ein stetiges, dauerndes Feiern mit den Jungs, was ja schon bei Jealous ein großes Problem war, dass er wohl ganz gerne feiern geht. Und da sie die Sau rauslässt und, ja, dann ist vielleicht die Eifersucht zu groß oder, ja, vielleicht ist sie einfach nicht verlässlich, eine Fahne im Wind. Und man weiß es nicht, aber, ja, irgendwie, keine Ahnung, aber schwierig. Also, ich, die waren doch jetzt auch nicht lange zusammen. Das mit Jealous ist doch auch noch gar nicht, ich sage immer extra immer Jealous, weil jemand so ein bisschen eifersüchtig war. Jealous ist doch noch gar nicht so lange her. Das ist doch jetzt maximal, war das letztes oder war das vorletztes Jahr? Ich bin mir gerade nicht sicher, wo er noch diesen Podcast da inszeniert hat. Und, ähm, war das noch letztlich, nee, letztes Jahr war eigentlich das Jahr des Julian Zietlow im Sommer, weil das war irgendwie in einem Sommer, war das mit Jannik und Jealous letztes oder war das vorletztes Jahr? Ist das schon zwei Jahre her oder ist das erst ein Jahr her? Dann waren ja Gerda nicht mal ein Jahr mit ihm zusammen, oder? Also, naja, äh, wie dem auch sei, äh, ihr könnt's nur gerne unten reinschreiben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich hab das eigentlich schon kommen sehen, dass das jetzt nicht so richtig, oder? Ähm, ich fand die zwei jetzt auch nicht verkehrt miteinander, aber ich konnte mir die auch nicht jetzt irgendwie im Sommerhaus zusammen vorstellen. Oder, vielleicht bei prominent getrennt jetzt, vielleicht ist ja da auch was hinter, ja, vielleicht machen die jetzt eine Show draus, man weiß es nicht. Das wäre auch interessant, weil Gerda hat man jetzt auch lange nicht mehr im Trash-TV gesehen, oder? Die war die Bachelorette und danach war auch Ebbe. Ähm, wird doch mal wieder Zeit für ein Format, oder? Naja, ähm, will mich jetzt auch gar nicht drüber lustig machen, aber irgendwie kann ich das alles irgendwie nicht mehr so richtig ab, da mit diesen ganzen Influencern. Ja, ein stetiges, äh, auf und ab, ja, also das ist ja wirklich unfassbar. Es ist kaum noch einer da, der mal eine Beziehung länger hat als ein halbes Jahr. Ja, das ist schon krass, ne, also, ähm, aber nun gut, jeder wie er will, man muss ja auch nicht, wenn man nicht will, weil es scheint, irgendwas ist doch davor gefallen, also sonst macht man doch da jetzt nicht so abrupt. Hier ist es nicht schwer gefallen, das hat ja auch ein bisschen gedauert, aber da muss ja irgendwie ein großes Problem da sein, wenn es sonst eigentlich eine schöne und harmonische und gesunde Beziehung war. Also, komisch, oder? Da muss es doch so ein Fauxpas gegeben haben. Aber na gut, das soll es jetzt für heute gewesen sein, genug, äh, meines Lautdenkens mit euch. Lasst gerne ein kostenloses Abo da und dann nachher, äh, gibt es zu Jujenko und, ähm, Palina heißt sie. Äh, Stars Born, ja, sei der Neue und, ähm, da gibt es dann auch ein spannendes Video zu. Und wie viele Follower die jetzt schon hat, ja, nach einem Tag, das ist auch interessant. Bis dann und ciao, ciao. Ciao.